Wunderschönen Mittwoch und willkommen zurück zu Taun Ocellen Ring. Ihr merkt, die Stimmung ist aufgehellt. Ich bin Taun geworden. Ich bin Taun. Leider Jailer. Jailer ist eine schöne Rolle, aber für Aufnahmen finde ich es ein bisschen blöd, weil da musst du sehr viel aufpassen, was passiert. Ich laber gerne und wir nehmen Dark Secrets mit. Der war letztes Mal gut, hoffentlich ist das diesmal auch. Kria, The Jailer, Night One, Dark Secrets, Clamming Neutral Bending und schon will ich ihn nicht mehr haben. Nein, 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 nein. Lemon. Hey, roll please. Oh, PS. Alles Noobs außer Mutti und Toni stinkt und wir haben noch ganz kurz umstellen können hier auf Lemon Escort. Escort. Da wollen wir mal fragen. Are you expensive? Kleines Roleplay bitte. Wahrscheinlich bist du jetzt SK und wirst mich töten. Nein, sie ist nicht SK. So, ja wie gesagt, Jailer ist das Problem, dass man sehr viel aufpassen muss, was im Chat abläuft und man kann relativ wenig sagen. Also ich muss mich konzentrieren sogar und das ist nicht meine Stärke. Jesus of Narnia wird auf jeden Fall mein nächster Sein, den ich mitnehme. Allein wegen dem Namen, den finde ich saucool irgendwie. Jesus of Narnia. Nehmen wir mit. Was ist tot? Der Retributionist ist tot. Snow. Anscheinend. Das ist unschön. Die Escort Claimer ist noch möglich und aus dem Grund ist alles okay. Gab kein... Oh. Someone is salty, I was doused. Und wir haben hier den ganz cool. Lucifer. Damit werden wir dich mitnehmen. Um dich zu protecten, weil du dumm bist. Juhu. Lucifer. Obvious reasons. Jetzt muss ich ihn wispern, weil er wird nämlich sonst hundertprozentig mich hochwählen. Aus dem einfachen Grund... Jailor. Wow. Jetzt muss ich ihn wispern, weil wenn ich das nicht mache, wird er mich hoch. Ich muss mich als Jailor bevealen und dann bin ich tot. Supergeil. So sieht es nämlich aus. Und jetzt werde ich auch nicht mehr auf ihn gehen. Ähnlich gesagt, ich habe keinen Bock drauf. Glaube ich. Mana just wants to be hanged. Lol. Claiming Mafioso. Okay, dann nehme ich ihn mit. Ich werde ihn töten. Das mache ich. Lass das nicht machen. Blöden schön. So. You are Mafioso. Why are you throwing the game? Ja, halt mich fest hier. Claimed Mafioso. Äh. Yeah. You are. And? Oh. Fuck you. Das ist nicht nett. Das finde ich nicht nett hier. Ich will da mal hier wegen... Ja, diesmal nur wegen HateSpeak genommen. Wahrscheinlich ist der Males tot. Nein, ist er nicht. Cool. Ja, sowas ist natürlich kacke. Auch wenn du gedaußt bist, hast du nichts zu sagen. Ich bin Mafioso. Eventuell ist er Jester gewesen. Dann könnte ich diesen Move noch einigermaßen verstehen, weil er es schnell beenden will. Und dann so. Precious Claimed Survivor. Luchi ist mehr. Das heißt, Winter ist mit hoher Wahrscheinlichkeit. Oh, die Gott. Könnte ein Forger sein. Könnte ein Forger sein. Weil woher soll er wissen, was bitte den geklämt hat? Claimed ein Mafioso. Und er war Mafioso. Ja, das war natürlich halt easy. This game is going to be boring. Okay. Irgendwelche Geschichten, die wir hier jetzt regeln können. Problem ist, dass der Males jetzt mehr oder weniger protected werden muss. Entschuldigung. 5, 9, 15 Claiming Dingenskirchen. Warum sollte bitte Nummer 2 Jester oder Disguyser sein? 5, ich muss mal gucken, 9, 15. 5 is Survivor. StereoCraft Claimed Lookout. 2 ist Jester. Ja, offensichtlich Jester. Warum wählt man den Jester hoch? Wir werden jetzt mal Lucifer beschützen. Denke ich mal. Das ist vielleicht hier in dem Moment der schlauste Move, um mich mit ihm abzusprechen. Exeggcuted. Nightray. Mail. So, hey. Any Infos? Someone sues? Keine Antwort? Willst du mir nicht schreiben? 15 is Suspicious, no Claim. 3 Town Investigative Claims. Okay. Ja, ist natürlich ein riesengroßes Problem. Könnte ein Forger da sein. Macht's natürlich nicht gerade einfach. Das Geiser wäre so eine Geschichte. Sheriff, Liquid. Okay. Und einer hat geliebt. Ein Transporter Claim. Das ist interessant. Wir haben jetzt ihn als Leaver. Starb er vorher durch die Mafia oder er hat einfach nur gelieft? Er hat gelieft. Das ist ein V-Port. Easygoing. Jetzt die Frage, ob er wirklich Invest ist. Town Invest. Zwei Jester oder Disguiser. Er war Invest. Das ist interessant. Um. Lemon Claims Escort. Lemon Claims Escort. Escort Night One in Jail. So probably the Transp... Das halten wir auch mal fest. Why are you asking for my role? Könnte Escort sein? Es wurde aber jemand gedaußt in der ersten Nacht. Okay. Lucifer wählt D. Da machen wir einfach mal mit. Dark Secrets hat Survivor geclaimed. Relativ früh schon. Er claimed nur to be in den... Because you visited the Jailer last night. Und... True. I'm Jailer. So. Hier können wir festhalten... Sheo... Sheo... Horat... Town. Lucifer Town. The Sheriff. Framer ist unwahrscheinlich. Wir werden einfach mal Hamr mitnehmen. Wow. 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 Hier ist... Proven Lockout. Oh man, jetzt hat er es so verkackt. Jetzt werde ich sterben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Transporter. Who did you... God darn it. Jesus, myself, winter and winter. Night 4. Hum. Transporter. Jesus and myself. Ich glaube, wir haben hier den Arsonisten. Ehrlich gesagt. Aufgrund des Escort Claims, der ganzen Inverse Claims, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass er hier gerade der Arsonist ist. Jetzt wird wahrscheinlich der Meyer tot sein. Nein, Lemmon ist tot. Die Escort. Okay. Okay. Das macht es richtig einfach, weil wenn er jetzt hier wirklich die Escort ist, könnte das gar nicht immer so dumm laufen. Und damit sind beide Supports weg und Random Town ist weg. Wir haben einen Proven Lookout. Einen Proven Lookout. Hier haben wir auf... Oh, die Witch. Siehste? Schon wieder was anderes. Jetzt ist die Jester-Wahrscheinlichkeit wieder gering. Ja, haben wir für mich Confirmed Transporter. So ganz nebenbei. Ähm. Charle of Riferon sagt, John H. wurde geframed oder ist Framer. Only Tong Killing Claims is 10, so I guess one lies. Ähm. No idea. Possible. I guess Hang is Azo. Not Transporter. Ich vertraue dem Hang nicht. Ehrlich gesagt. Ich vertraue dem Hang einfach nicht. Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Es sind zu viele Sachen, die gerade reingeschrieben werden. John Hufferon Claims Veteran. Das ist natürlich möglich. Ähm. I'm wet. Ist halt möglich. Ist möglich. Das macht's gerade so schwierig. Executioner kann ja auch theoretisch sein. Das ist... Ah, ich hasse es manchmal. Er geht auf Hang. Jetzt wird rumgeswitcht. Ich vertraue ihm nicht. Sieben ist der einzige Town Killing Claim. Er geht auf Hang. Okay, Lucifer, gehe ich auf dich. I don't trust Hung, claimed Transporter. Would be random town. Jesus, could be this geyser or jester, slash we, nein, watch me, nice. I don't trust Hung, claimed Transporter. Yeah, and nein is confirmed. So, so random town invest in... Nine, five, mehr. Das war klar, dass ich sterben werde, aber ich hoffe, dass er dich mitgedacht hat. Weil der Lookout müsste wissen, dass er mich beobachten sollte. Warum nicht hat er mitgedacht, der Lookout, weil dann haben wir den Gottfader. Ich habe ihm noch zugewüstert, er soll es tun. Das ist natürlich doof. Nachdem der Framer tot ist, wäre ich nicht mehr auf ihn gegangen. Wehe, du hast jetzt nicht aufgepasst. Lookout, ich habe dir gesagt, beobachte mich. Ja, damit ist Alice. Wenn der Transporter wirklich confirmed wurde durch, ähm, Jesus of Narnia, dann ist das so eine Sache. Okay. Okay. Ja, das war klar. Es war doch klar, dass Alice es sein muss. Sie ist kein Sheriff. Tötet sie! Lookout hat mitgedacht. Zu Luke hat der Lookout aufgepasst. Nee, töte zuerst Alice, sie ist Gottfader. Zum Glück hat der Lookout aufgepasst. Zum Glück ist der Proven durch, äh, mich und Lucifer. Das heißt, ihn haben wir. Aber jetzt dürfte es keinen Kill mehr geben. Wir haben hier Invest, Invest. Wir haben ein Lookout ist Random Town. Wir haben, äh, Bodyguard ist tot. Wir haben Retri und Mayor. Protective ist down, Jailer down. Naja. Das Nutsu Bening könnte uns helfen. Und Jesus of Narnia ist dann wahrscheinlich wirklich Disguiser oder Jester. Wäre die Endy-Rolle. So oder so. Noch nicht mal das. Ich finde es auch als Mayor-Kacke. Das Gute ist, jetzt muss der, der bewiesene, ähm, Lookout jetzt immer auf den Mayor achten. Hank soll Transporter sein, ist wohl confirmed durch Ding. Dann bleibt mir noch John Heffron, der Veteran, confirmed ist. Das heißt, es kann noch Jesus oder Dark, äh, Secret sein. Alle anderen Rollen sind confirmed. Ich glaube, er ist halt immer noch, es ist Hang. Hang. Wir werden mal schauen. Wir haben einen confirmeden Veteran. Wir haben einen confirmeden Mayor. Wir haben einen confirmeden Lookout. Wir haben noch drei confirmede Town-Rollen. Die feststehen. Wir haben einen Nutsu Bening-Claim. Nämlich den, äh, Dark Secrets. Ähm. Ähm, Transporter wäre die Annie-Roll, aber für mich kann es keinen Transporter geben. Ich hätte ihn exekutieren sollen. Den Hang. Dark Secrets wurde ignited. Das kann es nur noch Hang sein. Nehmt Hang. Weil Jesus ist 100 pro, ähm, Dingenskirchen. Wie heißt's, ähm, Jester oder Disguiler. Jester oder Mafia. Hang ist Ding. Jetzt nur noch den Ase hoch wählen, wir gewinnen. Yay. Los jetzt. Wählt ihn hoch. Wählt ihn hoch. Ich hab gesagt, Hang ist, äh, wahrscheinlich böse. Ich hätte ihn einfach exekutieren sollen, nachdem er Transporter geclaimt hat. Ach, es kann doch nun wie mal 8 sein. Ich hab dir doch gesagt. Ich hab dir doch gedacht. Oh. I told him. Hang isn't. Transporter. Nein, geht doch nicht auf Ja, es kann nur Nummer 8 sein 2 ist Confirmed Jester oder Disguiser Ja, easy hochwählen, wir gewinnen Any Jester ist halt geil Also Any Jester kann was richtig cooles sein Das krasse, er hätte ja gut gewinnen können Wenn der Investier Auf ihn gehört worden wäre Ja, er hat niemals einen anderen als Jesus oder sich selbst Getransportet Easy guilty Easy beim Gewinnen, yes Einen Sieg als Tauni Nein, können wir nicht Nein, schuldig Nächster Och, wollt ihr mich verarschen, ey Och Mann, das hasse ich Das wäre jetzt so gut, wenn dann einfach der Mäher gedaußt worden wäre Weil nur nicht ignited wurde, weil, keine Ahnung Bug Ich meine, ich weiß, es kann nicht sein Ey, John, mach nichts Jetzt soll er den Hang wählen Oder zumindest rum Aber wir gewinnen An diesem Mittwoch Endlich mal wieder Die letzten 5 Folgen Ich habe jetzt 5 Folgen am Stück aufgenommen Ich werde ja noch die nächsten 2 machen Um komplette weitere Woche zu haben Waren SK Anisiek Azo Godfather So blöd So blöd Jetzt will ich mal tauen Hoffentlich danach auch nochmal 2 mal tauen Dann macht es wenigstens Spaß Ich bin wieder 2 Stunden hier am Aufnehmen Nur 5 Runden hinbekommen, weil ich dauernd 5 Minuten warten darf Aber mal gewonnen Ich hätte den Exekutieren sollen den Arsenisten Als ich ihn hatte Ich habe ihm nicht vertraut, dass er Transporter ist Ich habe es ja gesagt Aber okay Hier natürlich Glück Mafiosa hat das Game gefraut Habe ich ihn eigentlich reportet Oder habe ich es doch nicht abgeschickt Ja You have already reported Na, wird es mich verarschen Jetzt hat er echt im Wett gekillt Nein Gut So Azo down Ich hätte ihn töten sollen Ich hätte ihn töten sollen, als ich es konnte Ich hatte ja den Verdacht, dass er eine Lüge hat Dass er lügt Auch aufgrund des letzten Willens Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß Seid morgen dabei, wenn es weiter geht Bei Taunus Salem Wink Bis dahin, schönen Abend Tschö